Es ist so, dass mir irgendwann 2010, das war so dieser Punkt, wo dann dieser schnelle Wachstum losging, mir klar wurde, dass wir eine Umkehr des Arbeitsmarktes hatten. Das heißt, die guten Leute, die wollen, die suchen überhaupt keinen Arbeitsplatz. Heute ist das, glaube ich, jedem klar geworden, aber damals war es noch andersrum. Die guten Leute können sich ihren Arbeitsplatz aussuchen und ich habe ausgemacht, dass der Schlüssel dafür ist, ich muss als Unternehmen überhaupt erstmal sichtbar und attraktiv als Arbeitgeber werden. So, und die Frage ist, überlegt mal selber, wie sichtbar seid ihr nach außen, was man euch überhaupt sieht und auch attraktiv als Arbeitgeber, aus Sicht eines Arbeitnehmers. Und deshalb muss ich auch Bewerber über die Kanäle ansprechen, wo ich diejenigen erreiche, die überhaupt nicht aktiv suchen. Es bringt nichts, Stellenanzeigen zu schalten auf Monster oder Stepstone, wenn derjenige überhaupt nicht sucht. Ihr wollt ja die ansprechen, die latent unzufrieden sind, aber die noch nicht auf der aktiven Jobsuche sind. Und wir haben im Laufe der Jahre, jetzt aus 28 Jahren eigener IT-Unternehmerschaft, 25 verschiedene Methoden der Mitarbeitergewinnung aufgebaut und die auch genau dokumentiert. Die funktionieren so nur in der IT, jedenfalls die meisten nur in der IT und genaue Einblicke und Ausblicke geben wir euch heute im Webinar. Tatsächlich ist es so, dass diese Methoden aktueller denn je sind und sie funktionieren auch immer wieder. Deshalb möchte ich euch ein paar aktuelle Zahlen dazu geben. Wir sind bei der Mike Bergman Akademie von März 21 bis August 22, also auch in eineinhalb Jahren, von 2 auf 11 Mitarbeiter gewachsen. Also vorher eine Zweimannfirma, heute zu 11. Und auch bei der Visoma, bei unserem Softwareentwickler. Sie sehen, deshalb waren die Folien am Anfang auch nicht ganz aktuell. Im August 23, also im nächsten Monat, werden wir dann nämlich schon 20 Mitarbeiter sein. Sind also von 15 auf 20 Mitarbeiter innerhalb eines Jahres gewachsen. Und das wohlgemerkt bei Softwareentwicklern, die ja unheimlich schwierig zu bekommen sind. So, ich frage euch jetzt mal im Chat. Investitionen pro Mitarbeiter in Ads. Also, wie viel Werbebudget mussten wir auf Social Media ausgeben, wenn ich das jetzt mal umrechne? Anzahl der Mitarbeiter, Anzahl der Werbeausgaben. Jetzt nur speziell für Stellenanzeigen. Was werden wir wohl pro Mitarbeiter, pro besetzte Stelle bezahlt haben? Schreibt mal was mal rein in den Chat. 2,5, 50, 1000. 500. Ja, war also ganz richtig, waren knapp unter 500 Euro, die wir dafür investiert haben. Wenn man eben genau weiß, auf welche Art und Weise man investieren muss. Wenn Fragen sind, einfach direkt in den Chat mit reinschreiben. Und daraus ergab sich auch mein Warum zum Thema Wunschkundengewinnung. Das eine ist also Wachstum auf der einen Seite bei den Mitarbeitern. Auf der anderen Seite aber das Thema Wunschkundengewinnung. Und jetzt mal die Frage an euch. Beantworte das einfach mal mit Ja oder Nein. Haben denn dein Team und du jeden Arbeitstag voll zu tun? Also ist es so, dass du sagst, jo, wir haben den ganzen Tag zu tun. Wir langweilen uns nicht. Keine Langeweile. Wir haben den ganzen Tag sich mit beschäftigt. Ich sehe schon, ja, Magnus, bei einer 70-Stunden-Woche kein Wunder. Na, wir sehen so etwa zwei Drittel, sagen wohl, auf jeden Fall voll zu tun. Nächste Frage. Gerade für die, die jetzt sagen, jo, wir haben voll zu tun. Verdienst du mit deinem IT-Unternehmen richtig gutes Geld? Und jetzt mal Antwort, ja, wie ist es da? Ja, verdienst du richtig gutes Geld damit? So problematisch ist es genau dann, wenn du nacheinander mit Ja und Nein geantwortet hast. Dann hast du nämlich einen eindeutig schwarz auf weiß vorliegen, was bei dir das Problem ist im Unternehmen. Du brauchst ja nämlich gar keine Neukunden, sondern du brauchst Wunschkunden. Es hilft dir ja nichts, wenn du Kunden hast, die sich den ganzen Tag beschäftigen, die aber nicht dazu beitragen, dass du überhaupt deine Unternehmenskosten richtig decken kannst. Und jetzt überlegt mal selber, ob ihr vielleicht auch solche Kunden habt. Überlegt mal, ob das bei euch passieren kann. Du hast abends um 20 Uhr direkt auf deinem Chef-Handy einen Anruf. Da ist ein Kunde dran. Der erwartet, dass sich sofort jemand um deren IT-Problem kümmert. Dann sagen die aber dazu, ja, wir wollen nur die reine Arbeitszeit zum normalen Stundensatz bezahlen, auch wenn es jetzt gerade mal spät abends ist. Und diese Kunden, obwohl du jetzt auch regelmäßig mal deren Probleme löst, auch zu unchristlichen Zeiten, die sind nicht bereit, einen Managed-IT-Service-Vertrag mit dir abzuschließen, sondern sie vermeiden fixe Kosten. Sie wollen eine IT-Feuerwehr einsetzen. Dann beschweren sich auch noch oft und... Halt, jetzt ist mein Bild schon weggeflogen. So. Einen Moment. Ist mein Ton noch da? Gut, dann nehme ich nochmal ein Bild, was eben weggeflogen war. So, und diese beschweren sich oft und machen schlechte Stimmung bei deinen Mitarbeitern. Und die Mitarbeiter sind dann tierisch genervt, weil ständig jemand sie anruft und belästigt. Ist immer noch kein Bild. Ich versuche mal eben, dass ich es hinbekomme. Einen Moment. Kann ja nicht so schwer sein. Jetzt habe ich mal einen Zoom hier gerade aufgehängt. Beschwarzen. So, zweiter Anlauf. Jetzt müsst ihr die Folien wieder sehen. Gut. Bild der Folie an. Wunderbar. Wunderbar. So, und von solchen Kunden solltest du dich auch regelmäßig trennen. Die Frage ist, mach dir das auch. Machst du das schon konsequent? Das heißt, trennst du dich von Kunden, die keine Wunschkunden sind? Trennst du dich immer wieder von solchen Kunden? Und wenn du dann kleben bleibst bei diesen Kunden, wirst du nie über einen gewissen Punkt rüberkommen mit deinem Wachstum deines Unternehmens. Der Schlüssel lautet also Wunschkundengewinnung, indem du erstmal ein klares Bild von deinem Wunschkunde definierst. Das heißt, was ist ein Wunschkunde, angenehm im Umgang, er hat realistische Wartung an IT-Service. Am besten investiert er jeden Monat bei dir in Managed-Service-Verträge für IT-Service zum Festpreis. Am besten schließt er auch mit dir einen IT-Flatrate-Vertrag ab. Der befindet sich selbst mit seinem Unternehmen auf Wachstumskurs und er akzeptiert auch deine Rolle als Digitalisierungsberater. Du bist also nicht nur seine Feuerwehr, sondern er ist der, er sieht dich als seinen Digitalisierungsberater. Und wenn du ein so klares Bild von deinem Wunschkunden hast, dann kannst du auch ganz gezielt nach einem solchen Kunden suchen. Und jetzt würde ich gerne einmal wissen, wie die Situation bei euch im IT-Unternehmen aussieht. Ich starte jetzt mal eine kleine Umfrage. Dafür geht ihr bitte auf die Website menti.com. Da oben ist es mit eingeblendet. Ihr könnt auch den QR-Code abscannen. Und ich möchte gerne von euch jetzt einmal diese Abstimmung, mit euch diese Abstimmung durchführen, wo ihr dann einfach mal sagt, wie ist es bei euch im Unternehmen. Halt, jetzt muss ich das Bild erstmal einmal rüberschieben. Wie ist es bei euch im Unternehmen? Was sind bei euch die größten Baustellen? Und wie können wir euch dabei helfen? Bildschirm teile ich jetzt und die Umfrage ist auch jetzt geöffnet. Auf geht's. Machen wir kurz eine Minute Musik. Achso, ich muss erstmal öffnen. Entschuldigung. Entschuldigung. Eben. So, und an dieser Stelle vielen Dank erstmal für eure Abstimmung dazu. Wir sehen also, dass eigentlich große Probleme sind auf jeden Fall Wunschkunden, dann, dass eben der Managed Service Verkauf noch nicht so gut läuft, dass eben noch nicht alle Kosten durch Managed Service Vertrags an einem gedeckt sind. Dann kommt das Thema Fachkräftemangel und dann das Thema, ich will als Chef raus aus dem Hamsterrad rauskommen. Dann kommen erst die Themen Unternehmenskäufe und Verkäufe. Wie gesagt, das sind auch die Schwerpunkte im Webinar in der nächsten Woche. Was du also aus dem heutigen Webinar mitnehmen wirst, erstmal kommen die Erfahrungen von unseren vier Interviewgästen, von der Marion Koch, dem Markus Jansen, der Teresa Breitnauer und dem Malte Zimmerling. Und wenn ihr wollt, kann ich euch eine ganz aktuelle Warnung zum Thema Headhunter noch mehr dazugeben, denn wir haben einmal testweise eine Recruiting-Kampagne parallel zu unserer eigenen laufen lassen, haben dafür einen Headhunter engagiert, wollten mal gucken, wie gut das funktioniert, haben uns eine namhafte Agentur gesucht und haben wirklich erschreckende bis erschütternde Ergebnisse, vor allem sauteure Ergebnisse erreicht. Ich frage mal kurz im Chat, ob das für euch interessant ist. Ergebnis Headhunter, interessant. Da werden wir auch mal über Zahlen und Fakten und Methoden irgendwo sprechen, denn das war jetzt auf jeden Fall ein teurer Spaß und ihr wirst es ja nicht unbedingt selber mitgehen. Wir haben für uns zwei Expresswege gebaut. Wir haben zwei Expresswege gebaut, mit denen man in kurzer Zeit entweder mehr Mitarbeiter und mehr Wunschkunden mit Serviceverträgen gewinnt. Das ist so unser Ansatz dazu und diese zeigen wir euch jetzt einmal genauer. Das heißt, ich zeige es euch einmal quasi in der Theorie, wie es aufgebaut wurde und wir haben nachher von unseren Interviewgästen mal die Beschreibung, wie sie es für sich umgesetzt haben. Der erste Weg ist erstmal der Expressweg zu Vertragskunden, also Wunschkunden, die bei dir einen Vertrag abschließen und eine der erfolgreichsten Methoden ist es, dass ihr eine schlanke Landingpage für das Thema aufbaut. Ganz wichtig, ihr müsst gar nichts an eurer vorhandenen Website machen, sondern ihr baut eine schlanke Landingpage mit einem bestimmten Aufbau, und diese Landingpage hat nur eine Aufgabe, nämlich neue Kunden über Online-Werbung für euch zu gewinnen. Und es reicht eine einzelne Seite aus. Es muss keine Navigation drauf, es muss kein großes Unterbindel drauf. Diese muss enthalten die Schmerzpunkte des Kunden, die angesprochen werden, zum Beispiel schlechte oder unsichere IT und wir benennen sowohl Schmerz als auch Aspirin, also mit welchem Service wir diese Schmerzen auflösen. Dann eine persönliche Ansprache per Video, dann auch die Download-Möglichkeit für eine Checkliste, zum Beispiel für mehr IT-Sicherheit. Wenn er sich also mit seiner E-Mail-Adresse anmeldet, könnt ihr sagen, hier meine Checkliste für mehr IT-Sicherheit oder für optimale Datensicherung oder für digitale Prozesse in den Unternehmen. Dann als Call-to-Action-Kontaktformular und alle diese Schritte, die dann kommen, werden automatisiert. Hier habt ihr einmal ein Beispiel, wie so eine Landingpage aufgebaut ist. Das Entscheidende ist nachher nicht nur, dass ihr eine Seite aufbaut, sondern eben genau das Wie. Ich habe heute beim IT-Unternehmer das gesehen, der hat dann auch irgendwo was gebaut, da hat eine einzelne Mitarbeiterin was gemacht und wir haben sie regelrecht zerlegt, weil dabei, ja, wie soll man sagen, ein Aufbau war, der so nicht funktioniert hat. Und er hat sich gewundert, warum er Ad-Budget draufgeschaltet hat und es passierte nicht. Tatsächlich ist der Weg so am besten. Ihr nutzt also Werbeanzeigen auf Google, Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, YouTube. Am erfolgreichsten nach wie vor immer noch Facebook und Instagram. Danach kämen LinkedIn und dann könnt ihr noch YouTube und Google machen. Und diese Werbeanzeigen gehen auf eure Landingpage. Die seht ihr als dann sogenannten Lead-Magneten, wo also jemand draufkommt, der dann spannende Informationen dort bekommen kann. Dann, wenn er seine E-Mail-Adresse eingetragen hat, beginnt das sogenannte E-Mail-Nurturing. Das heißt, ihr setzt eine automatisierte E-Mail-Kette in Bewegung, die immer und immer wieder diese Interessenten kontaktiert und denen interessante, relevante Informationen zuschickt. Und alles hat immer nur das Ziel, auf eine Online-Terminvereinbarung draufzugehen. Das ist der wichtigste Punkt. Jeder Versuch, den ich mitbekommen habe, dass ein IT-Unternehmer selber Managed Services einfach nur über eine Website verkaufen wollte, ist halt nicht funktioniert. Ihr könnt Managed Services nicht direkt über eine Website verkaufen. Ihr könnt nur einen Termin verkaufen, wenn ihr so wollt. Die Interessenten, die aber nicht bei euch draufgehen, die führt ihr über Retargeting wieder zurück. Das bedeutet, wenn er einmal bei euch auf der Seite drauf war, da wird er halt danach immer und immer wieder über neue Werbeanzeigen angespielt. Ihr kennt es, dass ihr auch einmal auf einer Seite wart und danach später immer und immer wieder Werbeanzeigen seht. Und daher kommt dieser Begriff des Online-Marketing-Funnels, also des Online-Marketing-Trichters. Der beschreibt auch die Kundenreise. Das bedeutet, erst mal müsst ihr überhaupt gefunden werden, egal von wem. Ihr müsst dafür sorgen, dass ihr sichtbar seid. Das macht man eben mit Social-Media-Werbung. Und das bedeutet, anfangs ist noch nicht mal klar, ob derjenige, der sich für euer Angebot interessiert, aber ihr müsst erst mal gesehen werden. Wenn dieser Kontakt dann sagt, das ist grundsätzlich interessant, dann wird er in dem Moment zu einem Lead. Das heißt, ihm interessiert unser Angebot erst mal grundsätzlich. Und dann entwickelt sich das Thema weiter. Wenn er sagt, grundsätzlich interessant, dann wollen wir ihn dazu weiterentwickeln, dass er sich gezielt für unser Angebot interessiert, dass er mit uns am besten einen Termin vereinbart. In diesen Terminen versuchen wir ihn dann zum Kunden zu gewinnen, indem er zum ersten Mal bei uns was kauft, dann ihn zu einem Stammkunden zu entwickeln, der auch regelmäßig was kauft. Und im Idealfall führen wir weiter bis zu einem Vertragskunden, der mit uns eine dauerhafte Vertragsbeziehung eingeht. So weit, so gut. Und typischerweise macht man eine Unterscheidung heute, dass der rote Teil bis zu diesem Punkt die Aufgabe der Marketingabteilung ist. Der untere Teil ist eher die Aufgabe der Vertriebsabteilung. Auch dazu haben wir extra Webinare zum Thema, wie verkaufe ich draußen beim Kunden erfolgreich mit unserer Jahresgespräch-Methode. Aber heute geht es vor allen Dingen darum, wie werde ich sichtbar und wie sorge ich für Interessenten. Nächsten Punkt, den ihr braucht, ihr braucht ein einfaches Vertragswerk. Denn es bringt euch nichts, wenn ihr draußen beim Kunden jetzt total komplizierte Gespräche führt und erst lange Angebote rausschickt. Wir haben das mit unserem sogenannten Zwiebelschalmodell so aufgebaut. Wir haben für unsere Kundengespräche immer sogenannte Mantel-AGB. Das sind kurze allgemeine Geschäftsbedingungen. Die passen auch auf 1,5-10-4-Seite. Und dann haben wir BVBs, sogenannte besondere Vertragsbedingungen für die einzelnen Bereiche. Bedeutet für den Bereich Handel, wo ich Hardware und Software verkaufe, für Dienstleistungen, Managed Services, Miete und Cloud-IT, Managed Workplace und Softwareentwicklung. Das sind also quasi nochmal individuelle Vertragsbedingungen. Und dann obendrauf kommen erst die sogenannten Individualvereinbarungen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020